Bleiben wir doch gleich in Afrika, da wirbelt nämlich ein Kugelblitz durch die gegnerischen Reihen. Das Video ist zwar schon ein paar Wochen alt, doch das hält uns nicht auf, euch dieses geniale Dribbling zu zeigen. Angola Ailton lässt seinen Widersachern keine Chance und verwandelt dann auch noch, wie die Werder-Legende höchstpersönlich, per Rabona. Diese ganze Szene von vorne bis hinten, ein Kugelblitz-Gedicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017